Hessen ist zum Lümmeland geworden. Das Sofa ein krisenfestes Möbelstück. Das ist nicht bequem. Ich brauche eine neue Couch, aber sofort. Wir produzieren im Schnitt schon so um die 20 Prozent mehr als sonst. Dagegen sind Schuhe überbewertet. Strümpfe und Pantoffeln reichen. Unsere Umsätze sind etwa so 30 bis 35 Prozent weniger. Für mich habe ich, glaube ich, noch keine Schuhe gekauft dieses Jahr. Man geht halt weniger aus. Max will wissen, wie sich die Krise auf das Kaufverhalten auswirkt. Anhand von zwei Beispielen. Das Sofa und die Schuhe. Max bei Seegmüller in Weiterstadt. Über drei Stockwerke lässt sich hier Probe liegen. Familie Osan ist schon in dieser Woche zum zweiten Mal hier. Dass das alte Sofa zu Hause ausgedient hat, ist so richtig erst in den letzten Monaten aufgeführt. Ich bin mit den Kindern zu Hause. Kindergarten haben wir auch noch nicht angefangen. Und die Couch ist schon belastet. Also die ist schon fast kaputt. Und deswegen muss was Neues her. Das Sofa in diesen stürmischen Zeiten, für viele der Rückzugsort. Und so sind die Kunden bereit, mehr Geld auszugeben als vor der Pandemie, erzählt uns der Geschäftsleiter Sascha Kaminski von Seegmüller. Wenn im Mai, Juni jemand zu mir gesagt hätte, dass wir diesen erfolgreichen Herbst gestalten können und jetzt auch in den Winter hinein diese tollen Umsätze generieren zu können, das ist toll. Und mich freut es natürlich da auch auf der Gewinnerseite zu sein. Max in der Produktion von Seegmüller. Bei Augsburg werden die Eigenmarken hergestellt. 12.000 Sofas jährlich. Es ist eine der größten Polstermöbelproduktionen Deutschlands. Und Gesamtvertriebsleiter Christoph Gerfeide schaut derzeit entspannt. Die hohe Nachfrage sichert alle Arbeitsplätze. Das war am Anfang der Krise keineswegs garantiert. Wir sind momentan sehr froh, dass wir vielleicht bis zum Ende unseres Geschäftsjahres schaffen, dieses Loch aus März, April und Mai wieder zu füllen. Also die Freude über die jetzigen Pluszahlen haben natürlich auch, ich sag mal, wir müssten halt immer noch einzahlen auf dieses Loch in den Monaten, die halt der Schattaun uns beschert hat. Fast drei Monate hatten sie dicht. Die Aussichten aber nun hervorragend. Zwei-stellige Zuwächse haben sie derzeit. Mehr will das Unternehmen nicht verraten. Corona trennt Sofa. Auch weil Covid-19 ein Jahr des Zuhauses wurde. So formuliert es jedenfalls Strategieberater Thomas Teuber. Allerdings warnt er auch davor zu glauben, das ginge unendlich so weiter. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben jetzt durch die Corona-Auswirkung ein vorgezogenes Kaufverhalten. Aber ich werde jetzt nicht jedes Jahr ein Sofa kaufen. Das heißt, der Gesamtmarkt im Möbelhandel wird nur unwesentlich wachsen. Und die Leute werden auch wieder anfangen, ihr Geld in anderen Kategorien, also eher Freizeit ausgehen, Reisen und so weiter auszugeben. Die gesamte Einrichtungsbranche profitiert. Andere dagegen leiden. So legt der Umsatz von Einrichtungsgegenständen um 11 Prozent zu, bei Sofas um 52 Prozent, Textilien ein Minus um mehr als sieben Prozent, Schuhe ganz runter 21 Prozent. Bei den Schuhen locken nicht mal Sonderangebote. Erwin Franz hat zwei Schuhgeschäfte in Seligenstadt. Einmal günstig, einmal exklusiv. Das waren noch Zeiten, als es so lief. Max war schon einmal hier, da brummte der Laden. Und jetzt? Eine Stunde lassen wir die Kamera laufen. Es passiert nichts. Unsere Umsätze sind etwa so 30 bis 35 Prozent weniger als im Vergleich zum letzten Jahr. Es wird viel Homeoffice betrieben. Da hast du keine Business-Schuhe an, die auch jetzt stehen. Genauso wie die Pumps bei den Frauen, die stehen und stehen und stehen. Da machen wir überhaupt keine Umsätze. Kein Büro, keine Feiern, kein Ausgehen. Dafür zu Hause Bequemlichkeit, heißt Strümpfe und Hausschuhe. Ein Verlierer der Pandemie, nur weil er Schuhe verkauft. Ich wüsste nicht, was wir falsch gemacht haben. Wir haben spät eingekauft für den Herbst, weil wir wussten, da kommt noch was. Und wir haben spät und weniger, viel weniger eingekauft. Wir haben ein gutes Verhältnis mit unseren Lieferanten abgesprochen. Die deutsche Schuhindustrie steht unter Druck. Nicht nur im Land läuft es mehr als schleppend. Auch beim Export trübe. Minus 18 Prozent. Aber Impulskäufe wird es wieder geben, tröstet Handelskenner Thomas Teuber. Allerdings, wer Erfolg haben will, muss eine Doppelstrategie fahren. In der Summe wird der Konsum sich nicht verändern, ist die Verschiebung. Was aber definitiv bleibt, auch langfristig, Verschiebung vom Offline-Einkauf, also von den Ausgaben, die ich im Geschäft tätige, zum Online-Einkauf. Und das ist das Entscheidende, dass dieser Trend, der vorher schon da war, sich extrem beschleunigt durch die Corona-Krise. Zurück zu den Sofas. Während sie hier schon auf Hochtouren arbeiten, kommt es trotzdem zu langen Lieferzeiten. Auch Familie Osan muss sich in Geduld üben. Also Lieferzeit beträgt hier in etwa Mitte April für die Geschichte. So wie geht's nicht? Nee, leider nicht. Können wir leider nicht realisieren, wie ein Hersteller. Fünf Monate. Lieferzeit. Heißt in ihrem Fall Ostern. Warten auf Sofa. Schlecht für die Kunden, gut für die Einrichtungshäuser. Zurzeit die Gewinner der Krise mit unverhoffter Sonderkonjunktur. Tja, so machen Wirtschaftsthemen Spaß, oder? Dann schaut doch mal hier rein. Da sammeln wir alle Max-Videos für euch. Und ein ganz spannendes Video von der Kollegin der hessenschau, die gibt's hier. Und für die geballte Ladung Recherchen, lasst doch einfach ein Abo da. Und zwar hier. Ich freue mich auf euch.